Hallo Leute, wir sind heute hier in Turu. Ich mache heute einen Ausflug nach Norden und fahre mit zwei Gästen. Die haben sich dann kurz durch Schweinmeergästen gemeldet und die wollen jetzt zu den Wasserfällen-Fahrern her. So, dann, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder.